Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man Türen, Fenster und schräge Dächer machen kann. Für das braucht ihr ganz einfach nur eine Wand. Wie man die Wand freischalten kann, kann man ja oben bei den Skillpunkten und dann kann man ja Dächer und alles machen. Was ihr jetzt für die Wand braucht ist ja Holz, Stroh und Fasern. Und wenn ihr jetzt eine Wand habt, dann könnt ihr ja die platzieren und dann denkt ihr euch, da ist ja nur die Wand selber. Aber die Wand kann man jetzt noch bearbeiten. Was ihr dafür drücken müsst, ist auf der Tastatur T und wie man sieht, hat es da plötzlich ein Fenster drin. Das ist der Türrahmen, dann gibt es natürlich noch links und rechts die beiden Schrägdächer, dass man oben die Lücken füllen kann. Wir machen ja jetzt mal einen Eingang und mit dem machen wir ein Fenster rein. Und dann könnt ihr einfach so ganz cool bauen und euch kann auch niemand ausrauben, weil ihr habt ja eine Tür dran. Das war es mit dem kleinen Tutorial. Ich hoffe euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.